hi und herzlich willkommen zu einem neuen vlog von uns wie ihr seht wir sind im auto denn wir sind auf dem weg zum rb unser jahres highlight wir freuen uns so mega drauf ist jetzt auch schon gleich da und wir nehmen euch auf jeden fall alle vier tage mit ja wer nicht weiß dass er mit ist es ist ein festival ein elektronik dance music sowas in der art ja also techno eigentlich also es wird heftig geil wir waren letztes jahr auch schon da da haben wir noch kein youtube gemacht deswegen haben wir nicht mitgenommen aber es war richtig richtig geil und wir sind auch wieder so eine große truppe wie letztes jahr über 20 leute ja und wir sind jetzt gerade hier an einem burger king weil wir uns jetzt mit allen hier treffen damit wir jetzt in kolonne dorthin fahren können damit wir alle nebeneinander stehen wir sind wir sind auch diese wir sind auch diese So Leute, erstes Getränk. Das ist ein kleines Fauxpas passiert und zwar, meine Jacke lag hinten im Kofferraum und wir hatten so einen 5 Liter, wie hieß das? So eine ganz riesige Wasserflasche. Und da haben wir Hugo reingefüllt, 3 Flaschen. Es ist am Ende eine halbe Flasche über, also 2 Liter sind in meine Jacke. Jetzt stinkt die so nach Hugo, aber... So, das ist unser Pavillon, 9 Meter und dann haben wir da hinten noch einen, zeige ich später. Und hier schlafen wir zu dritt, Karjana und ich. Und da neben uns ist auch direkt so ein fettes Camp, gar keinen Bock. Und wir sortieren hier gerade unser Essen und den Alkohol im Kofferraum. So, hier haben wir zwei Paletten Summersbee, da ist unser Essenskorb und dann noch unser Alkohol. Okay, die Flaggen werden gehisst, Leute. Ach du Scheiße. Ich war zwei Mal so oben. Ja. Ja, ja. Ich war zwei Mal so oben. Ja. Ja, ich war ein paar Mal so oben. Ja... enemışige Spiegel Wir haben jetzt gepackst! So, wir hoffen, ihr könnt uns ein bisschen verstehen. Wir können auch nicht so viel reden, weil hier überall Musik ist. Aber auf jeden Fall haben wir uns jetzt gerade festgemacht. Es ist der erste richtige Tag mit Glitzerstein. Jetzt geht's los. Wir fangen jetzt an, was zu trinken. Es ist jetzt ungefähr 13 Uhr, glaube ich. Wir fangen immer erst ein bisschen später an, weil wir nicht so langsam starten können. Weil sonst geht's einfach nicht so gut. Und wir machen uns jetzt gleich noch Haare. Und dann zeigen wir euch später mal unsere Outfits. Wir haben uns eigentlich relativ viel Mühe gegeben. Und wir zeigen dann auch von den anderen Mädels die Outfits. Weil wir haben eigentlich alle ganz coole Outfits, denke ich mal. Ja, aber wir ziehen uns erst richtig an, wenn's dann auch losgeht auf die Stage. Genau, erst abends. Aber... Der ist halt... Der ist wirklich mächtig, Alter. Der ist doch so zu kältern. Der ist einfach so zu kältern. Der ist einfach so zu kältern. Und... Leute, es zieht ein Sturm auf! Und alle halten die Farbe, Jungs! Leute, es schützt. Ja! Ja! Bye! The Little is ready. The Little is ready. Outfit und drehen! Und Carons Outfit! Drehen! Asgars Outfit! Drehen! Momas Outfit! Let's go! We'll go. Dann is this on the end of the statue. Alright, we go! Wav! Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, er macht jetzt einen Liter. Wow, Tristan, ein Liter Bier, wenn er das schafft, das ist nicht normal. Wow, oh mein Gott. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch was. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf sind noch leer, wir brauchen noch leer, wir brauchen noch leer. Die Elf ist noch leer und die Aufmerklein